Gehen wir vorne und einmal hinten, weil alle sind drin. Jetzt haben wir alles vorbereitet. Und wenn Sie jetzt musst du von der Bremse nehmen und auf Gas stellen. Bremse ist noch drin. Noch mal bitte auf die Bremse. Richtig aufgerassen. Links einen schwarzen Hebel. Ja, genau. Jetzt haben wir alles gelöst. Jetzt sind wir abfahrbereit. Das heißt, wenn wir jetzt fahren wollen, brauchen wir nur Gas geben. Und ruhig einmal testen mit dem Bremsen, wie das funktioniert. Sanft, immer schön draufdrücken. Genau, der bremst ja gut. Gut, fahren wir einfach geradeaus weiter, bitte. Jetzt ist es gleich etwas anders. Wir fahren ruhig geradeaus weiter und fahren nach links, die Kurve durch. Das Einzige, was jetzt anders ist, ist unsere Breite. Und dass unser rechter Außenspiegel da draußen sehr weit raus hängt. Das heißt, da müssen wir gucken, dass wir die Laternen nicht erwischen dabei. Aber ansonsten ist alles gleich. Das ist wie in der SPD. Ralf vorne und dann nach links. Und rechts nicht mitnehmen. Nee, sieht doch alles sehr gut aus. Moderater links raus. Schöne immer geradeaus. Geradeaus, weiter. Einmal, also einmal um Ruf ist Satz. Das ist wie bei der Quagotau. So, ich sehe, alle fühlen sich wohl. Keiner ist blau angelaufen. Das klappt doch super. Das ist schon ein starkes Teil. Dann fahren wir so halb rechts weiter dann. Die können auch ruhig ein bisschen mehr Gas geben. Ich fahre dir ein paar Gefühlen. Das brauchen wir mal beherzt. Da ist kein Tesla. So, jetzt kommt gleich der schwierigste Teil der Fahrt. Und zwar die Linkskurve, die da vorne kommt. Da wird es vielleicht ein bisschen enger. Aber da setzt sich volles Vertrauen in sie. Und alle anderen auch ich auch. Ja, ansonsten ist der hier bei der Containerfläche. Ja, ruhig mal ein Stück geradeaus erst. Genau, mach weiter geradeaus. Ja, noch weiter. Ruhig weiter rechts umbaumen. Noch weiter. Passiert noch nichts. Haben wir noch genug Platz. Genau. Und ruhig weniger lenken. Ja. Ein bisschen sollt ihr das ja auch merken, nein. Das war mit Erbssicht. Ja, das war mit einem Schweißtropfen. Wir müssen jetzt hier so Angstschweiß runter tropfen. Und am besten finde ich ja, dass wir immer Strom haben, ne? Man denkt hier ein eigenes Blockheizkraftwerk gleich nebenan. Ja. Was jetzt? Da weiß ich nicht, wie da die Auslastung ist, dass das wahrscheinlich eher weniger geht. Der nächste. Frau Metzler. Sie haben jetzt die einmalige Chance. Das ist der Anseinsgang. Raus, auf nennen. Einmalige Chance. Und die andere Länge ist dann wieder. Die fliegen sich zur Barre nicht wieder hin. Manche, das zu behalten, hätte ich die Spaß gemacht. Und die Trauer nicht.